Martin Luthers Brief an Johann Langen vom 1.3.1517 Thema Erasmus von Rotterdam Ich lese unseren Erasmus und dabei vergeht mir die Lust an ihm alle Tage mehr. Zwar gefällt mir, dass er Mönche und Priester so tapfer wie umsichtig in ihrer eingewurzelten und verschlafenen Unwissenheit an den Pranger stellt und verdammt, aber ich fürchte, er treibt nicht genug Christus und Gottes Gnade. Das Menschliche hat bei ihm viel mehr Gewicht als das Göttliche. Wie wohl ich nicht gern über ihn zu Gericht sitze, so tue ich's doch, um dich zu warnen, alles von ihm zu lesen oder gar urteilslos zu übernehmen. Denn die Zeiten sind heute gefährlich und ich sehe, dass einer nicht schon darum ein wahrhaft weiser Christ ist, weil er gut griechisch und hebräisch kann. Denn anders ist das Urteil, wo einer dem Willen des Menschen noch etwas zuschreibt. Anders, wo einer außer der Gnade nichts kennt. Ich halte jedoch dieses Urteil streng bei mir, um nicht den Chor seiner Neider zu bestärken. Vielleicht wird ihm der Herr zu seiner Zeit Verstand geben. Ich halte dich schon. Ich halte dich!